Oh, das glaube ich nicht. Oh, das ist ein Luchs. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Happy Wheels, meiner lieben Freunde. Und wir spielen natürlich User Browsed Levels. Wie immer. Ja, denn nur User Browsed Levels sind die einzigen wahren, wirklichen Levels, die wir spielen müssen. Ich sortiere mal und ja, was finden wir da Schönes? Ah, da Infiltration, Hatch, Shutter, Drugs. Oh, 3D Obstacle Course. Mal gucken. Oh ja. Dead. Ja? Dead. Ja, mein Sohn. Dead, ich hab so Angst. Wieso, mein Sohn? Naja, alles ist so 3D. 3D heißt nur dreimal so langweilig mit dir hier hinten drauf. Was? Das macht gar keinen Sinn. Doch, 3D steht für drei Deppen dürfen duschen. Was? Dead, das macht gar keinen Sinn. Hauptsache du bist nicht dabei und ich fahre. Ich fahre ohne Arm. Ich fahre ohne meinen Sohn. Ja, denn das macht Spaß. Drei Deppen fahren. Das ist doch was. Okay, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich hab nur noch einen Arm. Dead, du hast nur noch einen Arm. Ja, das sagte ich gerade. Dead? Ja? Dead, ich bin irgendwo im Nichts. Ja, das ist mir egal. Ich habe nur noch einen Arm. Ich muss irgendwie schauen, dass ich alleine zurechtkomme, mein Sohn. Okay, da sind wir ihn. Okay. Oh, da waren die Minen das kleinere Problem. Dead? Ja? Dead, komm, wir schaffen das. Dead, heute schaffen wir es bis ins Ziel. Aber ich glaube nicht, mein Sohn, dass du es ins Ziel schaffst. Zumindest nicht in einem Stück. Dead, nein! Dead! Dead, das tut mir weh. Dead, deine Arme sind komisch. Ja, mein Bein ist auch komisch. Dead, da liegt dein Arm. Dead, du solltest vielleicht... Dead, könntest du vielleicht hier irgendwie hochkommen, Dead? Oh Gott! Dead, ich glaube, mein Stuhl hat... Dead? Wie das aussieht. Dead, das war ein Unfall. Son, ich hasse dich einfach nur. Dead, komm schon. Zusammen schaffen wir das. Zusammen kommen wir ins Ziel. Mach doch nicht immer die Glasplatten kaputt, Dead. Ah, ich mache kaputt, was ich will. Du machst auch alles kaputt. Was? Ich mache alles kaputt. Ja, denn Spaß am Fahrrad fahren. Den Fahrrad fahren, das kann ich gut. Dead, nein, lass mich nicht zurück. Dead, nein, Dead, aber... Dead, warum? Mein Bein! Dead! Ja, das ist der neue Style. So kann ich mich richtig konzentrieren. Die beste... Oh Gott! Wer braucht schon Arme? Ich brauche keine Arme. Ich kann schwingen. Oh Gott! Oh, meine Füße fühlen sich komisch an. Oh, was ist denn das? Eine Sehne? Ein Muskel? Man weiß es nicht. Hängt auf jeden Fall in der Luft. Oh. Ich kann schwingen. Und gleiten. Und zurück. Backflippen. Oh Gott. Oh Gott. Er ist zu elastisch. Oh, ich schwinge hier ein bisschen rum. Schwinge das... Der Kopf. Dead, dein Kopf ist gerade ganz komisch weggerollt. Ja, Sohn. So ist das nun mal. Mit Köpfen. Okay, Dead. Wir schaffen es diesmal okay? Klar schaffen wir das, mein Sohn. Wir bringen dich doch heute rechtzeitig noch zum Zahnarzt. Was? Ich dachte, wir fahren nach Hause. Nein, Sohn. Wir fahren zum Zahnarzt. Aber ich hasse den Zahnarzt. Ja, deswegen fahren wir auch mit dem Fahrrad. Und du sitzt hinten drin in deinem Folterkindersitz, damit du nicht raus kannst. Dead, das ist sowas von gemein. Nein, Sohn. Das ist nicht gemein. Das ist Taktik. Das ist Erziehung. Nein, das ist keine Erziehung. Das ist scheiße. Du bist scheiße. Dead, komm schon. Sei doch nicht so fies zu mir. Lass uns doch jetzt endlich mal hier runter. Wir müssen ins Ziel kommen. Jawohl. Oh Gott, Dead. Dead. Dead, kannst du bitte... Dead, dein Kopf ist komisch. Dead. Oh, Dead, nein. Dead. Oh, Scheiße. Wenigstens ist das Fahrrad ganz geblieben. Dead. Dead, wir sollten es jetzt echt mal schaffen. Ich will endlich nach Hause. Ich habe Hunger. Ja, Sohn. Du kriegst gleich was dir... Oh Gott. Äh. Ja. Das mit dem Essen hat sich ja dann wohl erledigt, mein Sohn. Dead, du bist scheiße. Achso. Oh Gott. Sohn. Ja. Sohn, ich muss mich konzentrieren. Bitte quatsch mir nicht. Okay. Ich habe gesagt, quatsch mir nicht dazu. Okay. Sohn. Ich sage es ja nur noch einmal. Dead. Ja. Dead. Dead, nein. Dead. Hilfe. Dead. Dead da. Nimm mich mit. Dead. Nein, nicht so. Dead, bitte mitnehmen. Nicht vor dir herschieben. Nein, Dead. Nein, das tut weh. Nein, Dead. Kannst du bitte das lassen? Okay. Oh Gott. Dead. Ah, endlich ist er weg. Endlich habe ich meine Ruhe und kann hier in Ruhe Fahrrad fahren. Au. Au, mein Arm. Ah, da fliegt er ja. Backflip. Und schön hier runter. Jawohl. Hey, Dead. Ja. Dein Arm wackelt so komisch und her. Ach, das stört mich nicht. Der kriegt ein bisschen Luft. Das ist schon okay. Oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, nein, 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 nein. Gerade nochmal geschafft. Dead, du bist kacke. Was hast du gesagt? Ja, ja, du hast mich schon verstanden. Jetzt hast du das Spiel kaputt gemacht, Dead. Nein, nein, das geht noch. Das geht bestimmt gleich wieder runter. Pass auf, wenn ich neu hierher fahre, dann... Äh, okay. Das war nicht so gut. Vielleicht so? Nein? So? Ja, das so. Oh Gott, nein. Ah. Okay, Dead. Ich zeige dir jetzt, wie das richtig geht. Du zeigst mir also, wie das richtig geht. Ja, Dead, ich zeige dir, wie es richtig geht. Zeigst mir, wie es richtig geht. Ja, ich zeige dir, wie es richtig geht. Du musst einfach nur fahren. Geradeaus. Den Hindernissen ausweichen, Dead. Ausweichen. Und jetzt den Salto. Dead, den Salto. Ja, so, und wir sind die Strecke schon 80 Mal gefahren. Jedes Mal bist du gestorben. Ich weiß, dass hier ein Salto kommt. Was? Ich bin überhaupt nicht gestorben. Ich habe nur Pause gemacht. Äh, ich glaube ja, dass du ziemlich viel Unfug redest, mein Sohn. Und deswegen wirst du jetzt bestraft. Äh, was? Ja, du kommst nämlich hier. In den stillen Keller. Was? In den stillen Keller? Dead redet keinen Scheiß. Dead, 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 Pass auf. Danke, Nick. Du weißt, es ist empfindlich. Ah, alles gut. Ich habe mich nur ein bisschen gedehnt. Gedehnt. Äh, Dead. Nein, Dead. Oh Gott. Sohn, hier ist dein Arm. Nimm ihn weg. Ich brauche ihn nicht. Ach, bergab geht das. Oh, so weit war ich noch nie. Sehr schön. Oh yeah, geschafft. Yeah. Yeah. Und natürlich wieder ohne den Sohn geschafft. Wow. Was haben wir denn noch? Limbo, Hedger, Infiltration, DC Metro Station. Ja, das klingt doch ganz gut. Dead? Ja? Dead, fahren wir mit der Bahn? Ja, Sohn. Heute fahren wir nicht Zug. Heute fahren wir mit der Bahn. Äh, Dead, du hast gesagt, wir fahren nicht Zug. Ich meinte Fahrer. Dead, nein, der Schaffner. Oh Gott, der Fuck hat einen Verkäuferkontrolle. Dead. Au. Dead. Dead, alles okay? Hier liegt dein Kopf irgendwie und deine Körperhaltung ist etwas da. Ich schmeiß den Kopf mal ein bisschen weiter weg. Da rollt er. Er rollt aus dem Bild und weg ist er. Dead, ich hab deinen Kopf woanders hingerollt. Ich hoffe, das ist okay für dich. Äh, irgendwie, ich weiß nicht. Die Harpone tut mir weh. Im Rücken. Dead. Kannst du... Au. Au, mein Arm. Au. Gott, mein... Oh Gott, nein. Au. Was tue ich hier nur? Dead. Dead. Deine Körperform ist auch komisch. Warum zubelst du so komisch rum? Dead, meine Arme. Sie lösen dich ab. Dead. Dead, irgendwas stimmt nicht. Dead. Au. Vielleicht sollten wir das sein lassen. Dead. Dead. Bist du noch da? Mir tut irgendwie alles weh, Dead. Können wir jetzt bitte einmal in Ruhe Bahn fahren? Dead, du warst doch gerade schuld. Pass auf, der Fahrkartenkontrolle. Warum überfährst du immer alle? Weil ich es kann. Dead, da ist unser Zug. Schnell, Dead. Au. Dead, verdammt nochmal. Ja, ist schon gut. Das ist nur ein Kollateralschaden. Eine Bagatelle. Das geht schon irgendwie. Dead, komm, fahr bitte einfach in den Zug und lass uns nach Hause. Ja, ja, so. Wenn das so einfach wäre. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Dead. Aua, Dead. Dead, ist alles okay? Au. Oh, scheiße. Nein, 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 oh Gott. Dead. Oh, mein Kopf. Bitte hör auf damit. Hör auf mit diesem Ding, das aus dem Rücken kommt. Nein, Dead. Oh Gott. Das tut so weh. Dead, ouch. Hier die Bewegung. Mein armer Kopf, Dead. Von irgendwas wird dir noch festgehalten. Dead, kannst du bitte diese komische Glasstange aus mir ziehen? Dead, geht das? Deine Arme sind schon weg. Ich brauche keine Arme. Ich brauche nur Beine zum Fahren. Dead, Aua. Dead, das tut einfach nur weh. Oh Gott, der Schaffner. Dead, die... Dead. 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 Wir haben es geschafft. Ja. Und beim nächsten Mal, mein Sohn, da wird es noch krasser. Ah.